Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Heute gebe ich dir 8 Tipps, wie man in Instagram Follower aufbauen kann. Das ist der Plan, auf geht's. So, eine neue Runde. Herzlich willkommen zu Teil 2, denn im letzten Video, das war Teil 1, da ging es um Follower kaufen, Community aufbauen, so ein paar grundsätzliche Informationen. Das würde ich dir definitiv empfehlen, das zuerst zu schauen. Verlinke ich dir hier oben. Und heute in Teil 2 geht es um 8 konkrete Tipps in Instagram. Viele der Tipps kannst du auch bei TikTok und in anderen Plattformen anwenden. Ich habe das jetzt einmal runtergebrochen auf Instagram. Wenn du dir auch noch ein ähnliches Video für TikTok oder die anderen Plattformen wünschst, schreib das gerne unten in die Kommentare, dann mache ich da auch nochmal ein gezieltes Video zu. Ich habe ja im letzten Video schon erklärt, dass Follower aufbauen eigentlich genauso funktioniert, wie Freundschaften aufbauen. Und es braucht zuerst Schritt 1, man muss sichtbar werden. Wenn man neue Freunde finden möchte, muss man die erst irgendwo kennenlernen. Und genauso funktioniert das in Instagram auch, man muss erst in der App sichtbar werden. Und wenn man sichtbar geworden ist, dann muss man im nächsten Schritt dafür sorgen, dass ein Abo dagelassen wird und dass das Abo auch bleibt. Das bedeutet, dass man nicht einfach nur einmal auf Abonnieren klickt, sondern dass diese Person Teil der Community wird, dass diese Person regelmäßig am Content interessiert ist, dass damit eine Bindung, eine Beziehung aufgebaut wird und langfristig die Person dabei bleibt und weiterhin an dem interessiert ist, was man dort veröffentlicht. Also sichtbar werden und dann diese Beziehung, diese Community aufbauen. Das sind so die zwei Bausteine, die zwei Bestandteile, die auch an unterschiedlichen Stellen in Instagram stattfinden. Also zuallererst, wo werde ich sichtbar? Wenn man durch Instagram durchscrollt, dann findet man erstmal Content an verschiedenen Stellen. Da gibt es den Newsfeed, da gibt es die Story, da gibt es den Reelsfeed. Außerdem gibt es noch diese Entdecken-Seite oder solche Hashtag-Seiten oder Standortseiten, wo man neuen Content finden kann. Und dort müssen wir jetzt mit unserem Content erscheinen und sichtbar werden, damit überhaupt diese Userinnen und User erst auf unser eigenes Profil kommen. Und die ersten Tipps, die ich dir jetzt verraten möchte, drehen sich genau um diese Sichtbarkeit. Und die Grundvoraussetzung, sowohl für Sichtbarkeit als auch um diese Beziehung aufzubauen, ist zuallererst Content, der für deine Zielgruppe interessant und relevant ist. Und zwar kontinuierlich. Wenn ein Posting interessant war und die nächsten zehn Postings sind nicht mehr interessant, dann hat man zwar mit dem ersten vielleicht ein Abo gewonnen, aber hat das dann auch ganz schnell wieder verloren. Also deswegen ist der erste Schritt rauszufinden, was interessiert deine Zielgruppe, was ist ein Mehrwert für deine Zielgruppe und wie kannst du guten Content produzieren, der regelmäßig diesen Mehrwert für deine Zielgruppe bringt. Dieser Mehrwert kann jetzt ganz, ganz vieles sein. Das kann Wissen sein, Unterhaltung, Humor und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege, Mehrwert in Content zu verpacken. Wichtig ist, versuch erstmal deine Zielgruppe kennenzulernen und rauszufinden, was für deine Zielgruppe interessant und relevant ist. Und das kann auch ein bisschen dauern, da muss man auch mal ein bisschen spielen und testen. Aber das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Da empfehle ich dir auch Content für die einzelnen Formate zu produzieren. Auch da habe ich ein Video mal zugemacht. Verlinke ich dir gerne oben in der Ecke, was der Unterschied ist zwischen den einzelnen Formaten. Also Tipp Nummer 1, überleg dir, welchen Mehrwert du für deine Zielgruppe liefern möchtest und liefer kontinuierlich für die gleiche Zielgruppe Content. Also nicht heute die eine Zielgruppe ansprechen, morgen die andere, weil damit wirst du eher Userinnen und User verlieren. Versuch wirklich immer was zu liefern, was für die gleiche Zielgruppe kontinuierlich interessant ist. Die nächsten Tipps drehen sich jetzt um die Sichtbarkeit in Instagram. Da kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 2 und das ist, relevanten Accounts folgen. Wenn du jetzt also rausgefunden hast, wer deine Zielgruppe ist, dann schau mal, welche anderen Accounts für deine Zielgruppe relevant sind und folge diesen anderen Accounts. Auch das hilft dir wiederum, zum einen für diese anderen Accounts sichtbar zu werden, denn jeder Account, dem du folgst, bekommt darüber eine Benachrichtigung und sieht, dass du diesem Account gefolgt bist. Also damit kannst du mit Influencer, mit Influencerinnen in Kontakt treten, aber auch mit anderen relevanten Accounts. Und das kann eine wichtige Grundvoraussetzung sein für den dritten Tipp. Denn der dritte Tipp ist, um im Newsfeed sichtbar zu werden, lohnt es sich, interessante und relevante Kommentare zu verfassen. Das heißt, schau dir an, welche Accounts für deine Zielgruppe interessant sind und dann kommentiere deren Content. Das bedeutet natürlich nicht, dass du eine Folgen-Entfolgen-Strategie fahren sollst und jetzt ganz, ganz vielen Accounts folgen und denen ganz, ganz schnell wieder entfolgen. Das ist nämlich keine besonders nachhaltige Strategie. Das hat man vor Jahren vielleicht mal sinnvoll nutzen können, aber mittlerweile würde ich dir davon ganz stark abraten, weil damit vergraulst du eher deine User. Also schau, dass du in Tipp 2 die richtigen Accounts findest. Wenn dich das interessiert, mache ich auch da mal ein konkretes Video zu, wie man diese richtigen Partner findet, beziehungsweise wer die richtigen Partner sind, die richtigen Accounts, denen man folgt. Und Tipp Nummer 3, kommentiere Content, der für deine Zielgruppe relevant ist. Also Content von anderen Accounts. Das bedeutet nicht einfach nur ein Emoji da reinzupacken, sondern wirklich in die Interaktion zu gehen und relevante, gehaltvolle Kommentare dort zu verfassen und wirklich darauf zu reagieren, was vielleicht auch andere Personen dort geschrieben haben oder was in dem Account in der Caption drin steht. Du wirst sehen, dann wird ganz, ganz schnell auch Feedback kommen von diesen Accounts. Damit kannst du neue Kontakte knüpfen, denn das ist eine Form von Netzwerken in den sozialen Medien und das wiederum kann dir auch weiterhelfen, deinen Account dann weiter aufzubauen und die werden vielleicht auch mal was von dir teilen oder umgekehrt. Denn genauso ist es auch in der Freundschaft. Wenn man jetzt neue Freunde kennenlernen möchte, dann ist oft ein sinnvoller Weg, dass man neuen Menschen über bereits bestehende Freunde vorgestellt wird. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Tipp, nämlich Partnerschaften. Such dir andere Accounts, mit denen du Partnerschaften machst. Das kann sein in Form von einem Gewinnspiel, das kann sein, dass man gemeinsam Content erstellt, denn das ist der beste Weg, um zum einen im Content, im Newsfeed zu landen und zum anderen aber auch in den Storys. Und die Storys sind ja die Stelle, wo man eigentlich den engsten Draht zur Community hat. Denn die Storys werden in der Regel an die bestehende Community ausgesteuert und sind meistens so ein Blick hinter die Kulissen, wo man sich mit der Community austauschen kann. Deswegen wird auch Werbung oft in der Story platziert, weil das eigentlich ein gutes Videoformat ist, wo man sich direkt mit der eigenen Community austauschen kann. Und da möchte man landen und um da zu landen und auch um im Newsfeed zu landen, helfen Partnerschaften. Das ist das gleiche Spiel, warum mit Podcasts die Hosts sich immer gegenseitig zueinander einladen. Man macht sich so gegenseitig aufeinander aufmerksam und das lohnt sich, wenn man die gleiche Zielgruppe hat. Wir schauen uns mal ein Beispiel an. Man hat ein kleines Café in Berlin. Dann ist die Zielgruppe von dem Café durch den Ort begrenzt. Denn das Café ist nur für diejenigen interessant, die auch relativ schnell dahin kommen können. Und dann lohnt es sich, Partner zu finden, die im Umkreis sind und die damit die gleiche lokale Zielgruppe haben und auch noch die gleichen Werte teilen. Wenn man jetzt eine Marke oder ein Unternehmen ist, dann ist das das gleiche Spiel. Dann können diese Partner entweder Influencer sein oder andere Marken sein, die Produkte verkaufen, die einen anderen Kundennutzen erfüllen. Man kreiert natürlich kein Content zusammen mit anderen Unternehmen, die die gleichen Produkte verkaufen, sondern mit Unternehmen, die andere Produkte verkaufen, aber die gleiche Zielgruppe ansprechen. Darüber kann man sehr, sehr gut Follower aufbauen und neue Follower gewinnen. Das Prinzip funktioniert genauso wie, wenn bestehende Freunde dich neuen Freunden vorstellen, weil dann hast du schon diese Start-Einleitung und fängst nicht mehr bei Null an. Tipp Nummer 5 sind Hashtags und Hashtag-Challenges. Schau dir mal an, welche Hashtags in deiner Zielgruppe relevant sind und nutze diese Hashtags und auch die können dir helfen, sichtbar zu werden. Das hat nicht mehr so einen Riesen-Impact wie noch vor Jahren, aber wenn man sich in interessanten und relevanten Hashtags platziert, kann das immer noch eine große Auswirkung haben. Und Tipp Nummer 6 und damit der letzte Tipp, wenn es um Sichtbarkeit geht, Reels. Reels sind aktuell das Format in Instagram mit der größten Chance, möglichst viele neue Userinnen und User zu erreichen. Und genau das wollen wir ja, denn sichtbar werden bedeutet am Ende nichts anderes, als viele neue Userinnen und User auf den eigenen Content aufmerksam machen. Und das funktioniert aktuell am besten mit Reels. Da würde ich dir empfehlen, so schnell wie möglich mit Reels zu starten, eine eigene Content-Strategie dafür zu entwickeln. Das bedeutet ganz, ganz viel testen und ganz, ganz viel rantasten, was eigentlich nachher funktioniert. Aber das geht allen so. Nur wenn wir mal gucken, TikTok ist super erfolgreich, Instagram hat jetzt Reels und auch YouTube hat mit Shorts ein gleiches Format rausgebracht. Also das ist einfach das Content-Format der Zukunft, auf das man sich jetzt spezialisieren sollte. Und damit habe ich noch zwei weitere Tipps für dich, denn jetzt geht es um den nächsten Schritt. In den nächsten beiden Tipps geht es jetzt darum, wie man, wenn man sichtbar geworden ist, auch dafür sorgen kann, dass daraus eine Freundschaft entsteht. Also um den nächsten Step. Und der nächste Step in Instagram passiert in der Regel an zwei Stellen, nämlich entweder in dem Profil oder zum Beispiel in Reels. Wenn ich jetzt irgendwo über den Newsfeed, über Hashtags, über einen Kommentar oder über die Story neuen Content gefunden habe und mehr dazu wissen will, dann ist wieder der Content eigentlich der wichtigste Schlüsselpunkt. Also wenn der Content mich angesprochen hat, dann klicke ich da drauf und dann lande ich im nächsten Schritt im Profil von dieser Person oder von dieser Marke oder von diesem Unternehmen. Das heißt, der nächste Step ist, das Profil zu pimpen und dafür zu sorgen, dass man ein ansprechendes Profil hat. Denn meistens sammelt man das Abo im Profil ein oder ich verrate dir gleich noch eine weitere Stelle. Also Tipp Nummer sieben findet im Profil statt und da geht es darum, dass du darauf achtest, dass man in deinem Profil direkt erkennt, was für einen Mehrwert du lieferst. Es geht los mit dem Profilbild. Für ein Unternehmen, für eine Marke ist das in der Regel das Logo. Wenn du als persönliche Marke auftrittst, dann würde ich dir definitiv empfehlen, ein Foto von deinem Gesicht zu nehmen, um damit eindeutig identifizierbar zu sein. Und im nächsten Schritt geht es um die Bio und um den Benutzernamen. Also im Benutzernamen achtet darauf, dass der im besten Fall auch SEO-freundlich ist und die Bio achtet darauf, dass deine Bio sehr, sehr schnell klar macht, worum es in deinem Account geht und warum man deinem Account folgen sollte. Und wenn du die Bio erstellst, dann solltest du immer darauf achten oder immer überlegen, was ist der Mehrwert für eine Person, die dich bis dahin noch nicht kennt. Und da ist mein Geheimtipp, hol dir Feedback zu deinem Text in der Bio. Denn das kann auch einen Riesenunterschied machen. Und du kennst die Firma, in der du arbeitest, die Marke oder dich selber am besten. Aber genau das macht es so schwer. Denn diese Bio muss funktionieren für jemanden, der genau dieses Wissen nicht hat. Und deswegen lohnt es sich auch mal, außenstehende Personen zu fragen, die dieses Wissen nicht haben. Frag Familienmitglieder, die gar nichts damit zu tun haben. Frag Freunde. Frag jemanden, der gar keine Ahnung davon hat. Und frag diese Person mal, was sie daraus liest, was du in die Bio geschrieben hast. Also achte darauf, dass dein Profil aussagekräftig ist für jemanden, der oder die vorher noch keine Ahnung von dir hatte. Und der letzte Trip richtet sich wieder an Reels. Denn in Reels kann man auch direkt im Reel auf Abonnieren klicken. Es kann super hilfreich sein, in deinem Reel eine Call to Action einzubauen. Also wenn du eine Information gegeben hast, deine Zuschauerinnen und Zuschauer hinzuweisen, auch deinen Kanal zu abonnieren, wenn sie mehr wollen. Oder auch zu informieren, was es dann mehr oder an Mehrwert gibt. Das funktioniert auch bei TikTok sehr, sehr gut. Und an der Stelle auch bei Reels eine super Stelle. Mit Reels hat man die größte Chance, neue Userinnen und User zu erreichen. Und hat noch diesen Abonnieren-Button. Also man muss noch nicht mal den Umweg nehmen über das Profil. Das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um dann auch diese Freundschaft dort zu schließen. Und dann sollte man natürlich langfristig auch wieder darauf achten, dass man kontinuierlich hilfreichen, guten Content liefert und damit diese Freundschaft auch am Leben hält. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke natürlich nicht vergessen. Wenn du Fragen hast, Ideen, Wünsche, schreib das gerne unten in die Kommentare. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächsten Montag hier wiedersehen. Macht dir eine schöne Woche. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.